Hallo, das sind die Lena. Und die Kathi. Und wir haben gerade Niederlande besiegt. Wir haben gewusst, es ist jedes Team zum Schlagen, aber die Niederländerinnen sind wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Wir haben einfach um jeden Ball gekämpft, bis zum Umfallen, alles geben und fokussiert auf unsere eigene Side-Out vor allem. Nein, jetzt ist auf jeden Fall alles möglich. Also wir haben gewusst, die Niederländerinnen sind auf jeden Fall Favoritinnen, also Favoriten. Und wir haben gewusst, wenn wir die schlagen, ist alles möglich und jetzt gehen wir alles. Und wir stehen somit im Viertelfinale. Und morgen brauchen wir eure Unterstützung.